welche situation haben wir zurzeit im immobilienmarkt in bulgarien in bulgarien gibt es noch sehr viele schöne plätze auch solche zum beispiel die sehr nahm wasser sind hier kannst du grünstücke kaufen die steigen ich habe heute eine werbung gesehen da gab es grünstücke für 119 euro pro quadratmeter das ist ganz normal die grünstücke zu steigen überall auf der ganzen welt hier werden grünstücke zwischen 30 bis 50 euro verkauft mit baugenehmigung an solchen wunderschönen plätzen mitten der natur vor da drüben ist unser dorf renaissance wir stehen ja am s3 wasser so sieht es bei uns aus auf der gegenüberliegende seite gibt es bereits schon fünf sterne hotel und sehr gute unterkünfte wo man häuschen und appartements mieten kann zum urlaub machen hier kommen im sommer sehr viele touristen die einfach so stehen weil nicht genügend appartements angeboten werden zum verkauf und wir bauen hier unser dorf renaissance unser projekt ist ganz einfach du kaufst dir ein haus das ist jetzt im moment die dritte reihe da hinten das letzte haus ist die vierte reihe hier vorne kommt noch die zweite und die erste reihe wasser hier gibt es noch freie häuser zum verkauf insgesamt haben wir drei haustypen kleines häuschen antonio mit 42 quadratmetern dann mittleres haus das sind die häuser die hier vorne sehen julia mit 74 quadratmetern und haus veronika der hat knapp 100 quadratmeter mit eigene terrasse mit zwei schlafzimmern man kann in unseren häusern dauerhaft leben oder das ganze vermieten weil wir in so einem wunderschönen ort uns befinden es gibt nicht schöneres als wasserlagen wo du einfach dich mit der natur verbinden kannst stresser bauen kannst und einfach die geräusche der natur hören kannst und zwar ungestört nachbarn haben wir bereits ja auch hier gibt es sehr viele große firmen und wohnsitze dass zum beispiel ein nachbar das ist ein bulgarer und hinter ihm ist ein deutscher nachbar unsere häuser befinden sich in einer community das ist eine geschlossene anlage mit videoüberwachung mit zutrittskontrolle hier werden wir grillplätze haben plätze zum sonnen zum baden zum boot oder jet ski abstellen hier ist es noch erlaubt welche möglichkeiten gibt es bei uns du kannst eins der häuser kaufen zum dauerhaft leben in einer wunderschönen natur die nebenkosten bulgarien sind um die hälfte preiswert als in deutschland du kannst eins oder mehrere häuser bei uns kaufen und dann das ganze ja mit uns gemeinsam vermieten wir verwalten vermieten und verkaufen wir für unsere kunden die häuser bis zu 15 prozent rendite bei kurzzeit vermietung kann die sein haus bringen schreibt uns gerne dazu an und wir schicken alle nötigen informationen mit berechnungen und skizzen wie die beispielzeichnung aussehen kann für jedes einzelne haus und die letzte möglichkeit wie du mit uns zusammen arbeiten kannst ist dass du diese wunderschöne häuser mit uns gemeinsam verkauft denn unser projekt basiert darauf dass wir langfristig sehr viele häuser in diesem wunderschönen natur bauen und die möglichkeit ist zu verkaufen ist da wir zahlen sehr sehr gute provisionen für alle verkäufer die interesse haben häuser am wasser zu verkaufen die beliebtesten lagen weltweit sind bekannterweise die wasserlagen also haben wir schon mal eine voraussetzung erfüllt dass werden wasserlagen unsere häuser bauen die zweite voraussetzung ist dass wir deutsche qualität bauen und dass wir garantien für unsere neubau häuser geben und noch ein weiterer pluspunkt ist dass wir selbst die gesamte anlage verwalten wir geben das nicht in die fremde hände wir bleiben bei unseren kunden verwalten vermieten die häuser und werden eine schöne community haben die abends einfach nur zusammen grillen kann sende uns auch einfach eine kurze nachricht unter dem kommentar dass du gerne mehr information per whatsapp haben möchtest und wir schicken dir alle daten zu außerdem machen wir finanzierungen für unsere objekte mit niedrigen zinsen und sehr sehr guten angeboten verpasst die chance nicht mit immobilien geld zu verdienen und an solchen wunderschönen orten eine eigene immobilie zu besitzen zeigen wir nimm diesen demokratik five versuch das 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 uns